Hallo Leute, ich bin's, der Tobson und willkommen zu einem neuen Commentary mit Battlefield 1 Gameplay im Hintergrund. Das ist momentan so mit das meistgespielte Multiplayer-Spiel, was ich momentan auf der PS4 spiele. Auf der Xbox One spiele ich momentan echt wenig, muss ich sagen. Ich weiß nicht wieso. Also vorher habe ich da ja ziemlich viel Battlefield 4 gesuchtet. Da hatte ich ja über 300 Spielstunden zum Schluss oder so. Wenn ich das mit der PS4 zusammenrechne. Auf der PS4 hatte ich 100, auf der Xbox One hatte ich 200. Also es war schon einiges. Battlefield 1 spiele ich momentan, aber am meisten alles ist besser als dieser ganze Call of Duty Dreck. COD 4 Remastered kann man sich schon mal geben und die alten CODs, Modern Warfare 2 oder World at War, Black Ops 1. Das spiele ich auch zwischendurch immer mal. Aber das neue, das will ja keiner spielen. Da war sogar Black Ops, äh, Black, 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 Black Ops, Black Ops 3. Was meine ich, die Black Ops 3. Black Ops 3 war da sogar besser. Ja, das muss man definitiv sagen, obwohl ich echt kein Fan von diesen Rumgejumpe bin. Aber Black Ops 3 war ganz in Ordnung. Auch wenn ich eher halt der klassische Fan bin von Boots on the Ground, wenn es um einen Militärshooter geht. Das ist einfach so. Aber Battlefield 1 macht echt Fun. Ich bin mal gespannt, wie lange ich an der Spaß dann haben werde, weil es kommen ja noch DLCs, da bin ich auch mal gespannt drauf. Aber ich frag mich echt, wie die das mit der Langzeitmotivation hinkriegen wollen, wie bei Battlefield 4. Weil da gab es ja doch ziemlich viele Waffenaufsätze, die man immer, immer wieder freigeschalten hat. Das hat ja ewig gedauert, bis man alles freigeschalten hat. Ich habe bis heute noch nicht alles freigeschaltet mit 300 Spielstunden. Aber man kriegt ja immer zusätzliche Aufsätze, die man nur durch Battle Packs bekommen kann. Ach, das ist, äh, das ist ein Teufelskreis, muss man sagen. Also da, da, da kann man irgendwie nie alles kriegen, glaube ich. Es gibt bestimmt welche so kranke Bastarde, die das haben, aber da brauche ich noch ewig für. Ich werde in nächster Zeit auch nochmal ein bisschen Battlefield 4 spielen. Ich habe es jetzt echt seit zwei, drei Monaten gar nicht mehr gespielt. Das kommt hin, ja. Zwei, drei Monate kommt hin. Habe ich es nicht mehr gespielt, seitdem Battlefield 1 eigentlich draußen ist, so um den Dreh. Okay, ja. Das ist aber jetzt nicht das Thema, also Battlefield 1 ist definitiv nicht das Thema des Videos. Ich habe beim letzten Mal gemerkt, das heißt beim letzten Mal, vor zwei Tagen habe ich ja das Mafia 3 Review hochgeladen. Und an sich war das ein ziemlich aufwendiges Video, weil ich allein drei bis vier Tage nur Videoszenen von Mafia 3 aufgenommen habe, wo ich frei hatte. Und es ist nicht gerade wenig gewesen, ja. Und das habe ich dann alles so zusammengeschnitten, dass das passt und dass da coole Szenen drin sind. Und natürlich auch versucht das Ganze möglichst, möglichst, ja. Da merkt man, dass es nicht gescriptet ist, dieses Commentary, wie es eigentlich nie ist. Aber Mafia 3, das ist das, was ich sagen wollte, war halt so ein möglichst gescriptetes Commentary, dass das ein bisschen Hand und Fuß hat. Weil ich ja ein bisschen zum Gameplay, zur Grafik und alles mögliche erzählen wollte zu diesem Spiel. Und auch Notizen gemacht habe, damit das ein bisschen professioneller rüberkommt. Weil vielleicht mache ich auch das ein oder andere Review noch zu den anderen Spielen. Weil an sich kam das ganz gut an. Ja, es hat glaube ich momentan 10 oder 11 Likes und nur Dislikes. Aber ich habe doch deutlich gemerkt, dass Videos, bei mir zumindest ist es so und bei vielen anderen Kanälen auch, die mehr Aufwand in Kauf nehmen, wie jetzt zum Beispiel das Mafia 3 Review. Allein das Schneiden hat glaube ich 4 Stunden oder 3 Stunden, 4, 5 Stunden sogar hat das gedauert. Ja, bis ich damit fertig war. Dann halt noch die Tonaufnahme. Hat schon einen halben Tag gedauert. Ja, oder ein bisschen mehr sogar. Also ich saß auf jeden Fall bis in den Abendstunden, saß ich an dem Video dran. Ich habe zwischendurch immer Pause gemacht, klar. Aber so ein Commentary ist halt nicht viel Arbeit. Man schneidet die Gameplay-Szenen zusammen und labert. Und labert. Das ist halt das, was ich schon seit 4 Jahren mache. Und das werde ich auch so beibehalten. Das macht mir einfach Spaß. Aber man merkt auf YouTube deutlich, dass Videos, die viel, viel Aufwand bereiten, ja, gar nicht so oft geklickt werden. Das merkt man bei Leuten wie, guckt euch mal Behind an. Oder teilweise auch Videos wie Fabian Sigismund macht. Zum Beispiel die Bottle Bros folgen und all sowas. Aber gerade Behind, sehr hochqualitativer Content. Und vor allen Dingen sinnvolle und kluge Sachen, die dort zum Vorschein kommen. Das haben wir bei anderen Kanälen, die viel, viel größer sind nicht. Da haben wir zum Beispiel Master Scorpion vor der Kamera sitzen, der Yo, Fresh, Leute, was geht? Ich bin der Master Scorpion, x-to-de-Start, Hashtag YOLO, was weiß ich, ne? Labert er dann los und das gibt dann die Millionen Klicks. Ich verstehe es bis heute nicht. Weil, guckt euch mal so ein Video von Behind an, also von David Hain oder Fabian Sigismund. Was gibt es da noch? Corridor, bestes Beispiel. Corridor ist so ein amerikanischer Kanal, der viel mit After Effects arbeitet und all sowas. Die Videos, die nehmen richtig viel Zeit in Anspruch. Die machen auch nur pro Monat ein bis zwei Videos, weil die einfach so zeitaufwendig sind. Die werden nicht so krass geklickt wie ein Video zum Beispiel von, ja gut, Master Scorpion kann man da als Maßstab nicht nehmen, das ist halt ein deutscher YouTuber, kein internationaler. Der hat zwar auch seine eine Million Abos, aber kann man jetzt natürlich nicht messen mit einem PewDiePie oder so, aber da können wir jetzt als bestes, als bestes, jetzt fange ich schon an, wie so ein Schwab zu reden, als bestes. Ja, als bestes Beispiel kann man da eigentlich PewDiePie nehmen, zum Beispiel, der ist der größte YouTuber, deutschlands, wahrscheinlich deutschlands, deutschlands, genau, der ganzen Welt, ja, der größte YouTuber auf YouTube, möge man sagen. Ja, und der lädt ja theoretisch auch nur Vlogs mittlerweile hoch, die noch lange nicht so viel Arbeit beanspruchen oder halt Gameplay-Szenen, wo er sich bei Horrorspielen filmen und sich erschreckt, klar, es ist unterhaltsam, ich sage gar nicht, dass die Videos scheiße sind von PewDiePie, ich gucke die selber teilweise immer noch. Früher habe ich so auf jeden Fall ein bisschen mehr geguckt, weil da gab es auch so Folgen wie Amnesia oder Outlast, für die die PewDiePie vielleicht so 2011, 2012, 2013 verfolgt haben. Der hat viel Horrorspiele gespielt und hat sich halt dauerhaft immer erschreckt. Das war sehr unterhaltsam. Aber mittlerweile merkt man ja auch, die Videos sind nicht mehr so, ja, so aufwendig. Ja, und warum? Weil es für die Leute zu kompliziert ist, ein Video mal zu gucken, wo man vielleicht mal ein bisschen zuhören muss. Ja, viele klicken ein Video an, schauen sich das noch nicht mal richtig an, sondern hören nur, was der Typ da zu labern hat, ja. Weil die Leute einfach keine Zeit mehr haben, sich ein Video komplett anzugucken, weil man ist ja mittlerweile so weit, dass man sich tausende Videos am Tag auf YouTube angucken muss, ja. Früher war das so, da hat man gespannt auf eine nächste Folge Let's Play gewartet von Junk Diesel, zum Beispiel, den habe ich früher gerne geguckt. Mit denen habe ich, mit denen, mit denen nicht, wegen denen, ja, habe ich den Scheiß überhaupt angefangen, das Ganze hier. Weil der hat damals Let's Play Hitman Blob noch nicht gemacht, das war 2009 und da habe ich gesagt, das muss ich auch machen. Ja, den habe ich eigentlich damit angefangen oder halt, bestes Beispiel Gronkh, damals war ja auch noch nicht so groß, 2010, 2011. Also damals auch schon groß, aber im Vergleich zu heute war es ja gar nichts. Da hat man sich gefreut auf eine nächste Folge, ja. Mittlerweile laden die ja tausende Videos hoch und da weiß man gar nicht mehr, wie man überhaupt hinterherkommt. Deswegen mache ich auch, wenn ich denn daheim bin und, äh, gerade nicht im Dienst, dann produziere ich ab und zu schon mal Videos vor, aber ich lad nie mehr Videos als vier Videos die Woche hoch. Und ich will gar nicht so viel Content produzieren, dass immer wieder welche, ähm, nicht nachkommen mit den Videos, ja. Und, ähm, ich hätte auch, glaube ich, an sich gar keine Zeit dafür, in der Woche zehn Videos zu machen. Allein schon wegen Arbeit. Dann noch, äh, kommt noch natürlich hinzu, dass ich ein Zweitkanal habe, Military Corner. Da mache ich natürlich nicht so krass viele Videos zu, weil das viel Video, äh, Bearbeitung in Anspruch nimmt, dieser Kanal. Der ist ja auch recht erfolgreich mit mittlerweile 80.000 Abonnenten. Ähm, gut. Aber da mache ich halt nur zwei bis vier Videos im Monat zu. Weil das halt, wie gesagt, viel Video Bearbeitung in Anspruch nimmt, ähm. Dann habe ich noch als Hobby selber Militär. Ja, das ist nicht nur mein Beruf, das ist auch mein Hobby. Ja, äh, da machen wir auch relativ viel. Ich und meine Freundin, meine Freundin ist außer da und die ist auch ziemlich militärverrückt. Äh, ja, dann unternimmt man halt noch Sachen mit Freunden, Bekannten und all so ein Mist. Also, und ich mache natürlich auch noch, äh, Kraftsport Bodybuilding. Ja, das mache ich auch viermal die Woche circa. Also, ist jetzt nicht so, als würde ich den ganzen Tag vor dem PC hocken. Ich, ich glaube, ich mache am besten mal ein Video A Day in the Life of a Game oder sowas in Deutsch. Das wäre was. Ja und was natürlich Tütütütülich Was mir natürlich auch auf den Sack geht Ist diese ganze Scheiße mittlerweile Auf YouTube Deutschland, dass man immer jenen in die Kommentare Beleidigen muss Und dann dann immer Hurensohn schreiben muß Oder Bastard, Wichser Das ist doch Ganz ehrlich würdet ihr doch Ihr euch das auf der Straße trauen? Nein, auf die Straße würde man Zueingehender sagen, würdest du ordentlich Einen auf die Fresse kriegen Das habe ich schon mal gesagt im Video. Wenn ihr doch sowas in die Kommentare schreibt, dann macht das doch mal auf der Straße und prügelt euch mal richtig und haut euch mal auf die Fresse. Mal gucken, wie euch dann das gefällt. Damit sind jetzt nicht meine Zuschauer unbedingt gemeint, aber viele, viele andere der YouTube-Community. Das ist leider mittlerweile traurig. Trotzdem ist YouTube immer ein großes Hobby für mich und das macht bis heute noch Spaß. Ja, das war's. Mehr habe ich auch nicht zu diesem Thema jetzt gerade zu sagen. Das Gamelay ist jetzt auch vorbei. Haut rein, bis zum nächsten Video und da sehen wir uns dann. Ciao.